Du, würdest du Seiler wählen? Martin Seiler hier im Kantonsrat? Ja, wir können ja nicht wählen, aber du würdest ihn schon, oder? Schick dir die Hundespiele. Ja, mach's raffiniert. Ich würde sagen, wir sollten ihn wählen, weil wir zwei gerne mal bei ihm spielen würden. Und man kann ja nicht oft sagen, dass man beim Kantonsrat zu Hause spielt. Also, Martin Seiler, guter Typ, wählen. Finde, tschau, oder?